Um die Aufmerksamkeit der Zuschauer deiner Online-Trainings und Präsentationen genau auf das zu lenken, was du zeigen möchtest, habe ich hier fünf Tipps für dich zu technischen Hilfsmitteln, wie die Aufmerksamkeit auf den Bildschirmteil fokussiert werden kann, den du hervorheben möchtest. In Zeiten des E-Learnings, Online-Trainings, Bildschirmteilens, Online-Präsentationen teilt man gerne mal, ob im Chat oder in Teams-Meetings, seinen Bildschirm. Und da muss man natürlich schauen, ich habe hier schon Steuerung gedrückt. Wo drückt er denn hin? Wo hebt er was hervor? Wie kann ich die Aufmerksamkeit eines Zuschauers live bei der Präsentation lenken? Da gibt es technische Hilfsmittel, die man kaufen kann. Da gibt es aber auch Tipps mit der Maus. Da gibt es Gratis-Tools von Microsoft und während der Präsentation in PowerPoint oder beim Arbeiten mit Excel noch andere Hilfsmittel. So, und die gucken wir uns mal an oder auch das Reinzoomen in den Bildschirm. Teams mache ich jetzt aber mal zu. Das kann ich auch alles so am Bildschirm zeigen. Ja, zum einen solltet ihr gerade wirklich PowerPoint zeigen, habt ihr natürlich, wenn ihr die Präsentation startet, keine Möglichkeit mit dem Finger drauf zu tippen oder mit dem Laserpointer. Aber wenn ihr Steuerung drückt, linke Maustaste, habt ihr einen Laserpointer und der wird auch während einer Teams-Präsentation mit übertragen. Wenn ihr Steuerung L drückt, dann kommt dieser Laserpointer auch dauerhaft, bis ihr wieder Escape drückt. Also der Laserpointer, der lässt sich einstellen mit Steuerung, linke Maustaste. Den kann man auch in andere Farben einstellen, in den Einstellungen, während einer PowerPoint-Präsentation. Ich drücke aber auch gerne die Steuerungstaste und dann gibt es so ein Echo. Das ist das Spielchen, wo ist die Maus, wenn man mehrere Bildschirme hat. Ich drücke mal die Windows-Taste und schreibe mal Maus. Da sind die Mauseinstellungen und bei den Mauseinstellungen, das ist also Tipp Nummer 2 jetzt schon, da ist die Mausoption, weitere Mausoption. Und dort kann man einstellen, bei den Zeigeroptionen, dort bei den Zeigeroptionen kann man einstellen, Zeigerposition beim Drücken der Steuerungstaste. Also ich musste die weiteren Mausoptionen aktivieren, dort die Zeigeroptionen und dort Steuerung. Ich muss halt in die Mauseinstellungen rein und wenn ich dann Steuerung drücke, dann gibt es dieses verkehrt rumme Echo. Ich kann dann halt nur nicht gleichzeitig klicken. Dieses Programm, was ich aber jetzt genutzt habe, Steuerung war das hier, was ich genutzt habe, um diese Pfeile zu zeichnen, das heißt Zoomit. Damit kann man, man muss halt eine gewisse Tastenkombination drücken, damit kann man Rahmen ziehen, gerade Linien, Pfeile. Ich kann auch den Buchstaben T drücken und tippen. Ich habe hierzu schon mal ein Video gemacht. Dieses Tool kann man gratis runterladen. Das ist von den Sysinternals von Microsoft. Hier ist der Link, den packe ich auch unter dieses Videos. Zoomit, Gratis-Software, kann man so runterladen. Doppelklick auf eine Excel-Datei ausführen. Also ich habe das schon gefühlt 20 Jahre im Einsatz. Das Programm ist sehr alt und ich führe jetzt auch seit drei Jahren Teams-Trainings, Teams-Beratungen durch. Und Zoomit ist auch bei Excel-Trainings eigentlich mein ständiger Begleiter. Also ich drücke zum Beispiel STRG-ALT-2, ihr wahrscheinlich dann STRG-2. Dann gibt es so ein rotes Fadenkreuz. Und damit kann man dann mit gedrückter Steuerungstaste zum Beispiel Kästchen ziehen, STRG-Großschreibtaste, Pfeile zeichnen mit gedrückter linker Maustaste oder mit Großschreibtaste einfach einen geraden Strich machen. Drücke ich ein T, kann ich tippen oder, ganz wichtig, drücke ich STRG-1, wird einfach nur der Bildschirmausschnitt gesoomt, in dem ich gerade drin bin. Ich drücke mal ESC oder STRG-4. Hier, und dann kann ich nicht nur zoomen, dann kann ich auch klicken und tippen. Jetzt kann ich richtig arbeiten. Das heißt, ihr habt eine richtig schöne Vergrößerung des Bildschirms live. Ich drücke mal ESC, passiert nicht, drücke STRG-4 nochmal. Also die Tastenbelegung könnt ihr in dem Programm selber ändern. Das wird dann hier unten angezeigt in den ausgeblendeten Anwendungen. Da ist Zoomit, rechte Maustaste. In den Optionen kann man es einstellen. Dann gibt es dann auch für die Pausen einen Timer, habe ich auf STRG-3 Grad stehen. Also hier stehen die Kombinationen, der Zoom-Faktor. Da habe ich mir selber, weil es gibt so eine Tastenkombination, Bildschirm anfordern bei zum Beispiel Zoom-Schulungen. Und das ist STRG-2, glaube ich, gewesen. Da waren die ganz irritiert, dass ich da den Bildschirm angefordert hatte. Das wollen wir natürlich nicht einfach. So, also Zoomit, das war Tipp Nummer 3. Ja, in Excel-Schulungen, klar, da arbeite ich auch ganz viel mit den Pfeilen. Warum? Also ich kann da oben zwar den Kreis setzen, dass man so sieht, wo der Mauszeiger ist. Aber einfach zu sagen, klicken Sie ins Register Start, dort hier in die Gruppezahl, dort wählen Sie den Schalter Buchhaltungsformat. Ja, vorher natürlich die richtige Zelle auswählen. Dann ist optisch sichtbar, wo ich hin will. Das ist also sehr gut, auch natürlich für Präsenz-Schulungen oder Präsenz-Trainings in der Software. Was ich aber auch nutze, ich nutze einen Stift, ich habe nicht nur eine Touch-Eingabe am Notebook, ich nutze die Stift-Eingabe. Und wenn ich den Stift aktiviere, ich habe hier ein Radiergummi, ich nutze das Surface Book 2 hier, ich kann einen Stift auswählen, kann hier Dinge markieren, kann hier zeichnen, habe die Möglichkeit hier also wirklich effektvoll Dinge hervorzuheben und kann weiterarbeiten. Das ist nämlich bei Zoomit gerade nicht. Wenn ich Zoomit nutze, muss ich entweder präsentieren, also mit Zoomit rot hervorheben, oder kann arbeiten mit der Stifteingabe, parallel kann ich beides. Das hängt natürlich ein bisschen von der Anwendung ab. Mit dem Stift komme ich nicht oben in die Menüs. Hier kann ich nur sagen, bitte hierhin klicken. Ja, kann das hier optisch hervorheben, wenn ich in Sonnarschulung bin. Und jetzt kommt mein Highlight. Und das haben schon einige von euch gesehen. In meinen Excel-Stammtisch-Termin, die ich organisiert habe, hatte ich genutzt, online machen wir die auch via Teams, hatte ich genutzt den Logitech-Presenter. Und dort kann man einen Spot werfen, weil der Laser-Pointer läuft ja nicht und der wird ja auch nicht reflektiert bei Bildschirmen. Wenn man große LED-Bildschirme hat, das heißt, da wo ich den Laser-Pointer, also den Präsenter, den Spot, ist ja kein Laser-Pointer mehr, wo ich den Spot stehen lasse, dort kann ich dann sogar klicken oder doppelklicken. Also da könnt ihr mitarbeiten, damit kann man sich nicht nur durch seine Präsentation ziehen, sondern mit dem Logitech-Presenter. Den muss man halt per USB anschließen, bedient dann so eine Art Handstück. Den Link packe ich auch nochmal zur Original-Website hier einfach drunter. Keine Werbung mit denen. Ja, also ich habe mir das Ding selber gekauft. Aber da habt ihr, da gibt es dann ein Tool für und das hat sich einfach bei meinen Teams-Schulungen auch bewertet. Das gibt es natürlich auch von anderen Firmen. Also Hauptsache, es wirft so ein Spot. Das Ding hier heißt also Spotlight. Hier steht die Belegung der Tasten drin. Also ganz kurz nochmal im Schnelldurchlauf. Das war zum einen die Möglichkeit, in PowerPoint-Präsentationen einfach mit Steuerung hier den Laser-Pointer zu bedienen. Mit Steuerung einfach bei stehender Maus, ganz wichtig, stehender Maus, den Fokus auf den Mauszeiger, auf die Mausposition zu lenken. Dann die Möglichkeit, mit ZoomIt Dinge auch in PowerPoint hervorzuheben. Muss dafür natürlich an den Rechner ran, aber ihr sitzt bei Teams-Schulungen eh am Rechner. Dann die Stifteingabe. Ich bin jetzt hier gerade in der PowerPoint, kann natürlich hier auch mit dem Stift arbeiten. Da gibt es auch ein Lineal, das ich mit dem Finger dann drehen kann, um hier schöne gerade Linien zu ziehen. Ja, sowas gibt es hier auch. Dann die Möglichkeit, noch mit dem Spotlight hier vorzugehen. Alle Tipps und die Links zu den Seiten packe ich hier in die Beschreibung. Ich freue mich auf Feedback. Ja, also Teams betrifft uns ja momentan wirklich alle. Sind alle gerade ans Homeoffice oder auf Online-Konferenzen gebunden. Und ich hoffe einfach, dass euch diese Tipps helfen, besser auf eurem Bildschirm zu fokussieren. Wenn ihr noch einen Tipp habt, packt den doch bitte mal in die Kommentare. Ich lerne da auch gerne Neues kennen. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euer Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, euer Abo. Und ja, bis zum nächsten Video.